John B. Watson hatte die berühmte Behauptung aufgestellt, dass er ein Dutzend gesunder Säuglinge zu allem formen könnte. Zu Ärzten, Anwälten, Künstlern, Bettlern oder Dieben, unabhängig von ihrer Herkunft oder genetischen Veranlagung. Zunächst führte er Experimente mit dem acht Monate alten Albert durch. Später wandte er seine Theorie bei der Erziehung seiner eigenen Kinder an. Im Wesentlichen wandte er die wissenschaftliche Methode auf die Humanpsychologie an, die er Behaviorismus nannte. Mit dem Little Albert Experiment programmierte Watson mittels der klassischen Konditionierung einem Jungen eine Angst vor einer weißen Ratte. Bereits zuvor hatte Pavlov gezeigt, wie die Konditionierung angeborene biologische Reaktionen auslösen kann. Watson stellte die Hypothese auf, dass man neue, nicht angeborene Verhaltensweisen erzeugen kann. In dem Experiment brachten Watson und seine Assistentin Rosalie Rayner den Jungen in einen Raum. Darin lief eine weiße Laborratte frei herum. Zunächst zeigte der Junge keine Angst. Jedes Mal, wenn der Junge die Ratte berühren wollte, schlug Rayner mit einem Hammer auf eine Stahlstange. Albert erschrak und fing an zu weinen. Nach einiger Zeit versuchte Albert, von der Ratte wegzukommen. Er war nun darauf konditioniert, die Ratte zu fürchten. Wochen später zeigte Albert Angst vor jedem pelzigen Gegenstand. Seine Konditionierung wurde nicht nur aufrechterhalten, sondern auch verallgemeinert. Watson ging davon aus, dass unser Verhalten entweder ein Reflex ist, der durch einen Reiz hervorgerufen wird, oder eine Folge unserer individuellen Geschichte. Verstärkungen und Bestrafungen, denen wir ausgesetzt waren, gepaart mit unseren gegenwärtigen Motivationszuständen und Reizen, sind verantwortlich für unser Verhalten. Im Gegensatz zu Freud und Jung interessierte er sich nicht für Gedanken oder den Verstand. Seiner Meinung nach war die Analyse von Aktionen und Reaktionen die einzige Möglichkeit, die wissenschaftliche Methode auf die Psychologie anzuwenden und so objektive Einblicke in das menschliche Verhalten zu erhalten. Er betrachtete die Psychologie als einen objektiven Zweig der Naturwissenschaft, mit dem Ziel, Verhalten vorherzusagen und zu kontrollieren. Wie seine Kollegen der Verhaltensforschung glaubte er, dass die Umgebung, in der das Kind aufwächst, Intelligenz, Temperament und Persönlichkeit bestimmt. Watson veröffentlichte das Buch The Psychological Care of Infant and Child Die psychologische Betreuung von Säuglingen und Kindern. In seinem Buch empfahl er Eltern, ihre Kinder nicht zu oft zu berühren und eine emotionale Distanz zu wahren, um sie nicht zu verwöhnen. Mit Kindern zu spielen, so warnte er, würde die kindliche Routine unterbrechen. Ein glückliches Kind weint nicht und sucht keine Aufmerksamkeit. Sein Buch wurde ein Bestseller und bald warnten andere Wissenschaftler seiner Zeit davor, Zuneigung zu zeigen. Einige westliche Regierungen begannen, Flugblätter zu verteilen, in denen den Eltern geraten wurde, ihre Kinder nicht mehr zu küssen. Eltern bekamen die Idee, dass man die Kinder tagsüber ruhig sitzen lassen sollte. Nachts müsse man sie weinend alleine lassen, bis sie einschlafen. Eine Methode, die Schlaftraining genannt wurde. Watson, der selbst eine schwierige Kindheit hatte, wollte ein guter Vater sein und wandte seine Methode auf seine vier Kinder John, Mary, James und William an. Leider verlief die Entwicklung nicht wie geplant. John klagte sein ganzes Leben lang über unerträgliche Kopfschmerzen und starb Anfang 50. Mary entwickelte ein Alkoholproblem und versuchte wie ihr Bruder James Selbstmord zu begehen. William nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Angeblich gab Watson zu, dass er es bedauerte, über Kindererziehung geschrieben zu haben, da er erkannte, dass er nicht genug darüber wusste, um dies zu tun. Gegen Ende seines Lebens zog er sich zurück und vor seinem Tod 1958 verbrannte er alle seine neueren Arbeiten. Watson war davon überzeugt, dass die Art der Erziehung, die wir erhalten, unseren Lebensweg bestimmen kann. Er behauptete, er könne aus einem Säugling jeden beliebigen Menschen machen. In seiner eigenen Familie aber wurden Depressionen und schlechte Gewohnheiten von Generation zu Generation weitergegeben. Denkst du, das geschieht aufgrund genetischer Veranlagungen? Oder ist es die Folge der unglücklichen Erziehung eines Kindes? Schreib deine Ideen und Gedanken gerne in die Kommentare unten. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Onlinekurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutsschools.com. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020